Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen täglichen Update auf dem Crypto-AG-Kanal. Wir wollen uns heute wieder mal kurz eine On-Chain-Data anschauen und zwar die Crypto-Margined Open Interest. Danach haben wir natürlich noch wie immer die Spotty-TF-Inflows und dann müssen wir uns nochmal den Bitcoin-Chart anschauen, denn wir sind jetzt nochmal ein Stück weiter abverkauft worden, wie ich auch gesagt habe, unter diese wichtige Linie bei 58.000 US-Dollar und jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, wie es weitergeht. Und in diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, lasst gerne einen Like oder einen Abonmorder, ansonsten starten wir direkt mal rein ins Video. Als erstes wollen wir uns hier mal diese On-Chain-Data anschauen und zwar geht es hier um die Futures Open Interest, die Crypto-Margins sind. Das bedeutet, die Margins sind mit Crypto und diese sind extrem gesunken. Wir befinden uns momentan nur noch bei ungefähr 20% und das ist natürlich ein sehr gesundes Zeichen, wenn man sich beispielsweise mal anschaut, dass wir hier im Jahr 2021 bei dem All-Time-High noch bei ungefähr 70% waren und momentan mit dem Kurs höher sind, beziehungsweise jetzt gerade natürlich wieder niedriger, aber auf ungefähr dem gleichen Preislevel und damit nicht nur 70% haben, sondern nur 20% und das ist natürlich ein sehr gesundes Zeichen für Bitcoin. Wir haben extrem wenig Margin drin, beziehungsweise Crypto-Margin drin und das ist natürlich ein gutes Zeichen, was auch Stabilität gibt bei Bitcoin und dieses könnte natürlich auch wieder in diesem Bereich steigen, jedoch können wir uns dann sicher sein, dass wir mit dem Kurs dann deutlich weiter oben wären, denn wenn wir in diesem Bereich steigen, dann werden wir ja mit Margin extrem viel Kapital reinholen nochmal in den Markt und somit würde der Bitcoin-Preis auf jeden Fall weiter steigen können. Das bedeutet, das hier ist für einen weiteren Anstieg nach oben sehr, sehr nachhaltig. Wenn wir jetzt nochmal vorgehen, dann sehen wir hier auch nochmal die Bitcoin-Spotty-TF-Inflows und wie ich das auch schon alle Tage sage, können wir hier erkennen, haben wir einfach einen Trend, der wieder größer wird, was die Outflows angeht. Also die Outflows sind jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage in Folge, beziehungsweise noch der heutige Tag, je nachdem, was heute passiert. Aber gerade gestern haben wir gesehen, dass wir extreme Outflows hatten, über 200 Millionen US-Dollar und das ist dann natürlich ein negatives Zeichen. Ich habe auch in meinen letzten Videos gesagt, dass falls diese Outflow-Streak bleibt, was sie geblieben ist, also sie ist weitergegangen, sage ich jetzt mal, dann werden wir weiter fallen mit dem Bitcoin-Kurs und so war es letztendlich. Viele Leute hatten ja so ein bisschen kommentiert auch unter den Videos, Bullish, Bearish oder sowas, aber man muss natürlich ganz realistisch bleiben, denn die Outflows zeigen natürlich einfach, was der Markt macht. Ich meine, die Spot-TTFs werden jetzt nicht kaufen, wenn alle Leute verkaufen, beziehungsweise vielleicht nur ein bisschen, aber das wird natürlich auch dauern. Man sieht daran einfach immer, wie das momentan im Marktsentiment ist und hier ist ganz klar momentan eine Bearishere Stimmung. Es kommt dann natürlich sehr darauf an, ob wir ein neues Lower Low beim Bitcoin-Kurs sehen und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir auch direkt nochmal vor in die Charts und schauen uns das nochmal genauer an. In den Charts können wir erkennen, haben wir schon mal einen wichtigen Punkt für ein Short-Movement hinter uns gelassen und zwar dieses vorherige Low hier bei ungefähr 57.500 US-Dollar. Da sind wir ja zwischenzeitlich drauf gebounced, dann ging es wieder nach unten. Dann hatten wir vorgestern diese Candle, die hier extrem weit schon nach unten gewickt war, dann aber noch positiv geschlossen hat und gestern sind wir dann hier dann trotzdem nach unten hin ausgebrochen und haben auch recht weit unten geclosed. Als nächstes relevant wird dann, wie gesagt, dieses Level bei ungefähr 54.000 US-Dollar, wo wir den zwischenzeitlich oder ich sage jetzt mal den seasonmäßigen niedrigsten Daily Close haben. Da wird es natürlich sehr interessant, von allen möglichen Indikatoren und Supports sind wir inzwischen massig entfernt, also die befinden sich irgendwo da oben in diesem Bereich, deswegen wollte ich die jetzt eigentlich nicht genauer zeigen. Wir sind hier auch perfekt nochmal abgeprallt von den EMA-Ribbons, aber trotzdem befinden wir uns auf jeden Fall unter allem und es könnte sein, dass wir recht schnell wieder eben in diesen Bereich gefallen. Gerade wenn wir einen Daily Close haben, der nochmal unter unserem hier liegt, dann haben wir praktisch gesehen einen Lower Low und wenn wir dann auch noch diesen Wicke unterbieten bei 49.000 US-Dollar, dann könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal ein Stückchen weiter nach unten geht. Nächste Preiszone für eine Korrektur sollten wir jetzt beispielsweise hier dieses Low durchbrechen und ein weiteres Lower Low form, könnte ich mir tatsächlich hier diese weitere Konsolidierung weiter unten vorstellen bei ungefähr 40.700 bis 44.000 US-Dollar. Das wäre dann aber schon recht fatal und vor allem muss man sich dann nochmal durch den Kopf gehen lassen. Spätestens dann kann man wieder sehr schön Bitcoin kaufen, denn dann sind wir vom All-Time-High auch wieder beinahe 50% gefallen, wenn wir auf 40.000 US-Dollar fallen. Und das ist dann natürlich auch wieder eine schöne Einstiegschance für Bitcoin, vor allem wenn wir davon ausgehen, dass Bitcoin nachhaltig oder, ich sage mal, auf mittel- oder längerfristige Zeit gesehen über 100.000 US-Dollar geht. Wenn wir jetzt nochmal vorgehen auf den 4-Stunden-Chart, dann können wir auf dem 4-Stunden-Chart auch erkennen, haben wir hier momentan so einen Downtrend-Kanal und diesen, ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man den eingezeichnet hat, aber es sieht ganz danach aus, als hätten wir den nach unten hin verlassen. Hier schon mal, dann hatten wir nochmal einen Retest und sind jetzt weiter nach unten hin ausgebrochen. Das bedeutet, sollten wir jetzt hier tatsächlich weiter fallen, sieht es erstmal nicht sonderlich gut aus für den Bitcoin-Kurs. Wir sind ja auch tatsächlich unter diesem Support, ja mit sehr schöner Bestätigung, drunter gefallen. Diese 58.000 US-Dollar sind wir nach unten ausgebrochen, hatten einen Retest, sind hier mehr oder weniger gescheitert und dann ging es weiter nach unten. Und jetzt bleibt natürlich spannend, ob wir eben, wie gesagt, auf dem Daily-Chart dieses Lower-Low hier durchbrechen können. Wenn das Lower-Low durchbrochen wird, könnte ich mir vorstellen, dass es recht schnell in Richtung 50.000 US-Dollar geht und dann wird es eben spannend, ob wir quasi hier ein zweites Mal Halt machen in unserer kleinen Konsolidierung, die es hier gab, oder ob es dann tatsächlich in Richtung 40.000 US-Dollar geht. Wir halten das auf jeden Fall im Auge und ansonsten würde ich sagen, Leute, falls es euch mal gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.